Fürst Adam Jelsi Czaterischki in deutschen Schriften, auch Adam Georg Czaterischi war ein polnischer Politiker, Außenminister des russischen Kaiserreiches unter Alexander I. und Regierungschef der polnischen Revolutionsregierung von 1830. Leben Adam Jelsi Czaterischi gehörte der einflussreichen polnischen Magnatenfamilie Czaterischi an, die zur Zeit der Teilungen Polens zunächst mit Russland und Kaiserreich Österreich zusammengearbeitet hatte und war der Sohn des Generals und Feldmarschalls Adam Kangzy Mieszczaterischi und dessen Frau Izabela Czaterischka. Nach dem Scheitern des polnischen Koskiersko-Aufstandes von 1794 kam er als Geisel an den russischen Hof. Dort freundete er sich mit Alexander I. an und wurde 1804 bis 1806 sein Außenminister. Er begleitete ihn zum Wiener Kongress und erreichte, dass Polen 1815 eine neue Verfassung erhielt. Am 25. September 1817 heiratete Czaterischi in Ratsünfürsten Anna-Zofia Sapieha. Sie war eine gute Freundin von Freiderik Chopie, der ihr den zwischen 1828-1829 entstandenen Krakowiak-F-Tour für Klavier und Orchester-OP. 14 widmete Czaterischi war in Warschau Mitglied der Freimaurer Loge Littrois-Freyare. Nach dem Scheitern des polnischen Aufstandes von 1830 musste er aus Polen fliehen. Zunächst ging er nach England, ließ sich dann aber dauerhaft in Paris nieder, wo er über seine politischen Kontakte, insbesondere zur englischen Freimaurerei, dem österreichischen und russischen Vordringen in Südosteuropa entgegenzuarbeiten versuchte. Der Stammsitz der Familie Czaterischi in Paris, das Hotel Lambert, entwickelte sich zum politischen Zentrum der polnischen Emigration in Europa. Als Zufluchtsort für seine Anhänger, die nach dem gescheiterten Aufstand von 1830 aus Polen fliehen mussten, begründete er 1842 die Siedlung Adampul, heute Polonitzküi. Bei Istanbul, Czaterischi starb im französischen Exil. 1865 wurde der Sarg mit seinen sterblichen Überresten nach Polen überführt und in der Familiengruft im damals österreichischen Sienja war beigesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017